Die anderen sind gerade vermutlich bei der Pressekonferenz. Wir haben ein bisschen ausgeschlafen, entspannen uns jetzt gerade beim Parkplatz vom Hotel. Bei Zanuf, Dona, weiß ich nicht genau wie es heißt, wo gleich der Bus hinkommt in einer Stunde und uns nach Rumänien bringt. Und ja, es ist sehr schön.